Meine Damen und Herren, ich bin stolz die beste Mannschaft in Europa trainieren zu dürfen und ich danke dem Mann, der das Team dazu gemacht hat, der großartige Kollege Hermann Gerland. In Deutschland bist du eine Legende, aber in Spanien, in Katalanien kenne ich keine Sau. Für mich persönlich ist das Spiel gegen Dortmund ein Spiel wie das andere auch. Bayern München kriegt wieder drei Punkte und Dortmund schaut blöd in den leeren Sack. Der Bayern Dortmund wird genau wie Bayern in 2012 dreimal zweiter geworden und sie haben jetzt von Bayern München vier Punkte zurück. Das ist für andere ein großer Erfolg, aber das ist für mich persönlich eher ein Grund, um zu kündigen. Für Jogi Globe wird es sein, auch mal einen internationalen Titel zu gewinnen und nicht immer nur wie ein Weltmeister im Turm springen durch das Stadion zu hüpfen. Ich habe auch eine SMS bekommen von Jogi Löw, dass er die Spieler von Bayern Borussia Dortmund hat bei der Nationalmannschaft noch ein extra Training machen gelassen. Moment, vielen Dank und Jogi. Sehr gut. Zum Beispiel. Absolut, doch genau das. In der nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.